Wir Menschen sind umgeben von Technik. Technik führt zu tiefgreifenden Veränderungen. Und es sind Menschen, die diese Veränderungen gestalten. Der Werner von Siemens Ring zeichnet diese Menschen aus. Wir brauchen Menschen, die mit Forschungsgeist, Unternehmertum und Verantwortung neue Wege gehen. Wie Werner von Siemens zu seiner Zeit. Stefan Hell hat mit der Nanomikroskopie einen Weg gefunden, lebende Zellen mit nie dagewesener Genauigkeit zu untersuchen. Die kleinsten Vorgänge unserer komplexen Welt werden so auf molekularer Ebene sichtbar. Özlem Türeci, Uhur Shahin, Katalin Kareko und Christoph Huber begründen ein neues Zeitalter der Medizin. Mit ihrer Forschung an mRNA haben sie einen neuartigen Wirkstoff mit enormem Potenzial bei Infektionskrankheiten und der Krebstherapie erschlossen. Die unternehmerische Umsetzung eine Pionierleistung. Mit technischen Innovationen gestalten wir die Welt, in der wir leben wollen. Und dafür brauchen wir Menschen wie unsere Preisträgerinnen und Preisträger. Menschen, die bereit sind neue Wege zu gehen und die Welt zum Besseren zu verändern. Die unternehmerische Umsetzung Die unternehmerische Umsetzung Vielen Dank.